Bei einer Massenpanik in der jemenitischen Hauptstadt Sana'a sind laut Medienberichten dutzende Menschen getötet worden. Der Nachrichtensender Almasira TV meldete am Donnerstagmorgen unter Berufung auf den Leiter des Gesundheitswesens in Sana'a, dass neben den Toten auch zahlreiche Menschen verletzt worden seien. Darunter befänden sich noch mehrere Personen in kritischem Zustand. Der Sprecher des von den Houthi kontrollierten Innenministeriums sagte in einer Erklärung, Die Massenpanik habe sich während der Verteilung von Spenden in den letzten Tagen des muslimischen Fastenmonats Ramadan ereignet. Zwei Augenzeugen berichteten, dass sich Hunderte von Menschen in eine Schule gedrängt hätten, um Geldhilfen in Höhe von umgerechnet etwa 8 Euro pro Person entgegenzunehmen. Das Innenministerium teilte mit, dass die beiden Händler, die für die Organisation der Spendenaktion verantwortlich waren, festgenommen worden seien und eine Untersuchung eingeleitet worden ist. perception sei cos